Hi, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Community Road, Zuschau-Projekt von der guten Miri. Ich bin wieder mal euer Trashmob und wir haben einen Nebulak gefangen. Also, die Person, die vor mir dran war, hat einen Nebulak gefangen. Ähm, ja, ein Name. Kasper, das lächelt so schön, das hat auf jeden Fall den Zusatznamen Friendly Ghost verdient. Wurde auf Bilds PC übertragen, okay, Inbox 1, super. Und wir sind in Lavandia. Ah, wir schauen mal ganz kurz, was sagt denn... Ach, du grüne Neune. Ja, ähm... Klauen wir mal da unten das Item weg. Ein Aufwecker, uhu. Und... Würde sagen, wir gehen mal wieder zurück. Hehe. Der Lavandia-Turm. Ja. Bist du besiegt worden? Ja, danke. Gut, 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 gut. So. Äh... Sehen wir mal zu, dass wir die Pokémon erstmal geheilt bekommen, bevor wir hier irgendwas machen. Äh, da fällt mir ein... Ich sollte die Zeit auch starten. Hehe. Hm, hm. So. Ach ja, Lavandia. Hm. Äh, da ist das Pokémon Center. So. Erstmal heilen. Ja, bitte. Dam, 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 dam. Ja, ja. Komm, jederzeit... Wow. Wieder vorbei. Wir haben Bill besucht. Das ist gut. Pokémon bewegen. Was? Den haben wir denn jetzt alles dabei? Schauen wir mal. Ein Pikachu. Smetbo. Smetbo auf Level 20. Leute, das bringt kaum noch was. Bewegen. So. Hm. Ich möchte Casper ganz gerne mitnehmen. Flamara. Unglaublich, tot's Pokémon. Oh, ich liebe Flamara. Flamara ist toll. Ähm. Ja. Muschmusch. Ist... Was? Äh. Ist halt unser VM-Sklave. Den möchte ich eigentlich... Los Trios möchte ich eigentlich ganz gerne auch mitnehmen. Den müsste ich aber das Pikachu ausschließen. Und das möchte ich ganz ehrlich gesagt gar nicht machen. Na gut. Okay. Reicht. Noch rumgewuselt. Was hat gesagt unser Beutel. Fünf Poke-Bälle haben wir. Wow. Das ist ein Items. Hyper-Trank. Ein Hyper-Trank? Wirklich? Ein Mondstein. Ein Leber. Na. Okay. Nein. Reicht. Also. Auf zum Markt. Ich brauche Tränke. Ich brauche Poke-Bälle. Ich brauche alles. Kaufen. Superball. Kaufen wir mal 10 Super-Bälle. Ja, bitte. Kaufen wir mal 10 Super-Tränke. Ja, bitte. Danke. Wie viel haben wir davon? Du sitzt ein. Äh. Ne. Eisheiler, Fluchtseil. Wie viele haben wir davon? Zwei. Nein. Weitze. Und. Superschutz aus Prinzip. Nehmen wir auch noch ein paar mit. Irgendeiner muss ja mal shoppen gehen hier. Macht ja sonst keiner. Leute. Danke. So. So. Der Pokémon-Turm. Da geht's auch. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Dreht sich ständig um. Das heißt, die wurde noch nicht besiegt? Auf aber auch nicht. Aha. Ausgetrickst. Die wurde sicherlich schon besiegt. Nein, die wurde noch nicht besiegt. Ja. War klar. Uhuhuhuhu. Lass mich in Ruhe. Eine Herausforderin von Exorzist. Denn Roswitha. Nebulac. Pikachu. Pikachu. Los. Mach. Äh. Donnershop. Witzel. Hm. Ja. Komm. Mäßig beeindruckend würde ich sagen. Wir wechseln mal. Hm. Auf Tick-Tack. Go. Ah. Schnabel. Danke. Wer. Was. Wo. Ja. Das hab ich mir auch gedacht. Was noch. Wieso. Und weshalb. Und warum. Vergessen. So. Aber. Weil ich ja gerne Leute trolle. Gehe ich heute mal. So viel. So vielen Leuten wie möglich aus dem Weg. Flucht. Unmöglich. Toll. Klecker. Pikachu ist tot. Nein. Ah. Tick-Tack. Los. Zerhacke es. Roll. Uhuhu. So. Hi Roas. Komm. Oh man. Okay, ich hab die Nase voll. Hm. Ah, Fluch natürlich. Knabel! Pick den Geist tot. Wie auch immer. Naja, ist egal. Normalattacken dürften Geister nicht treffen. Knabel schon. Das ist okay. Superschutz, okay. Und. Einen Supertrank setze ich direkt auch noch ein. Ich setze sogar zwei ein, damit ich Tick-Tack auch direkt mitteilen kann. Danke. Auf welcher Textgeschwindigkeit spielen wir drei. Ist okay. So. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Okay, machen wir das mal so. Gib mir deine Seele. Dönerwelle. Ja. Oh. Dönerwelle. Machen wir mal Dönerwelle. Leckere Dönerwelle. Gegner ist. Pa-pa-pa-pa-pa-paralysiert. Kopfnussstrahl. Ja, das ist nicht schlimm. Ich wollte Pikachu jetzt eh austauschen. Gegen Flamara. Weil ich Flamara mag. Ich mag sowieso. Die ganzen Evoli-Entwicklungen finde ich total toll. Mag ich tierisch. Und deswegen. Was kann es überhaupt? Ach, du Schande. Ja, normal, normal, normal. Wir haben keine Attacke, die treffen kann. Hm. Äh, dann muss doch wieder Tic-Tac machen. Äh, Schnabel. Tschüss. So. Exorzist im Brunnhilde. Puh. Jetzt besiegt. Oh. Hm. Hm. Ja, gegen die müssen wir. Zombies! Okay. Tonnershock. Bluf. Okay. Zack. Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen gespult. Aber hey, wir sind durch die durch die Verwirrung durchgekommen und, ja. Schön. Donnershock hat getroffen. Ich will das Item haben. Gib mir. Oh. Du hast einen geschützten Bereich betreten. Die Pokémon von Ursel wurden geheilt. Danke. Und ich habe ein Schutzband erhalten. So, jetzt will ich doch nochmal gucken. Haben wir irgendwelche TMs? Da, TMVM. Öffnen. Hm, Brüller. Kugelsaat. Verhöhner. Schaufler. Schockwille. Ah. Haben wir nichts feuriges dabei? Ach du Scheiße. Hush, hush. Donnershock. Hehehe. Donnershock. Roll. Okay, wieder um 3 reduziert, kann ich mit leben. Kein Problem. X Treffer, ole ole. Okay, doch so ein sinnbefreites Item. Ah verdammt. So, Donnerschalk los Griff. Gut, das sollte es auch sagen. Und Level 20. Hihi. Slam zu lernen. Soll eine Attacke zugunsten von Slam vergessen werden? Ja komm, der Donnerschalk. Nein. Totedin kommt weg. Tschüss. Spieler besiegt Exorzistin Marianne. Oh. Schön, und wir haben Geld bekommen. h- W-w-w-w-w-w-w-w-w w-w-w-w-w. W-w-w-w-W. Warum muss ich jetzt an... ...Doktor Seidberg denken? Flamara können wir also vergessen Das ist doof Tick-Tack, auf geht's Oh, wirklich Auf geht's Super, hat sich selbst verletzt Ist nicht mehr verwirrt, hey Eine Runde verwirrt Damn Hacks Irgendwas hat mich verlassen Ich will's ja nicht sagen, aber das klingt seltsam So Verschwindet Ein Dringlinge Weep, weep, weep Ein Dringlingsalarm Ein Dringlingsalarm Der Geist taucht auf Und es ist natürlich Ein Knogger Was wir schon gefangen haben Prost, Pikachu Geh weg, Pikachu Prost, Tick-Tack Ich muss den Kampf noch schnell zu Ende bringen Denn Dann Ich hab noch eine Kleinigkeit vor He he Aha Dringlinge hat keine Wirkung auf He 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 Bodenattacken auf Klug-Pokémon Du bist Intigent So Intelli-Klug Der Geist war die rastlose Seele der Mutter eines Tragossos Ihre Seele hat nun Frieden gefunden Weil wir sie kaputt gehauen haben Wie ist denn das Jensatz eingekehrt? Das ist gut So Dann wollen wir doch mal Optionen Kampfstil Was? Nein Kampfstil Folge Rahmen Oh Schön Ein ganz klassischer Rahmen Wir nehmen den Zurück Und Speichern So Gefangen hab ich jetzt nix Aber das macht auch nix Denn Das war's mit meinem Part Und Ich hoffe ihr hattet Spaß Und schaltet auch bei den anderen wieder rein Oder Auch nicht Doch sicher Wie immer Oder wie das letzte Mal schon Kanal von Miri Werde ich natürlich verlinken Ebenso die Ähm Die Playlist Wo ihr alle Parts finden könnt Und Ich hoffe wir sehen uns wieder Bis dahin Und auf Wiedersehen Bis dahin Vielen Dank.